einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video diesmal taxi 5 ich hab ja ganz viele nachrichten von euch bekommen wie ist es nun ist er scheiße ist er gut kannst du empfehlen kannst du nicht empfehlen ich habe mir auch diesmal hier ein paar stichpunkte gemacht weil ich euch halt nicht so spoilern will ich kaufe den link mir wenn es mir gelungen als ein däumchen wäre ein träumchen und ein bisschen feedback wäre halt geil dass ich ein riesen taxi fan bin kann ich euch auch zeigen ich hatte mir damals geholt auf dvd taxi 1 bis 3 da gab es nur die drei und ein paar jahre später kam dann taxi 4 raus dann habe ich mir den separat geholt und im vorfeld zu taxi 5 ihr könnt dann sehen der ist ja schon fast ein jahr in frankreich draußen jetzt kann man nach deutschland habe ich mir taxi 1 bis 4 also die quadrologie noch mal auf blu-ray geholt für mein regal und habe mir die mit meiner frau paar tage vorher komplett an einem tag 1 2 3 4 hintereinander weg rein gezogen werde ich auch natürlich in meinen film und serien video was ich demnächst machen werde auch noch erklären was ich da so alles geguckt habe und da ist taxi dann logischerweise auch mit bei so erst mal das ist taxi 5 ist mit komplett anderen schauspielern ein paar sind halt aus den ersten taxifilmen noch mit bei das erkläre ich euch nachher noch wer aber diesmal daniel ist nicht mit bei und ein million ist nicht mit bei der anfang ist ein bisschen anders weil sonst kennt man das mit daniel und der fährt irgendwo hin irgendwen soll er schnell zum flughafen muss oder ein pärchen weil ihr das kind entbindet und der da überholt er paris dakar oder was weiß ich wo die da die serpentin lang fahren mit ihren autos da die überholt er mit seinem taxi und dann ruft lily seine freundin an und nimmst immer nur missverständnisse und was machst du da hinten eine orgie feiern oder so das ist komplett weg das ist nicht da es ist aber wieder ein anfang mit schnellen autos und auch richtig gelungen muss ich sagen diesmal sind die hauptdarsteller ich habe mir das extra aufgeschrieben und den namen darunter geschrieben wie er ausgesprochen wird weil den französischen namen kannst du kaum ablesen silva silva marotte so heißt das ist der polizist der elite polizist werden und so das werdet ihr alle am anfang vom film sehen und später taucht dann noch der eddie auf und der ist dann der halt nicht der polizist ja und diesmal ist es anders normal ist es der polizist der grottenschlechte autofahrer und der taxifahrer also daniel ist der tolle autofahrer diesmal ist es andersrum eddie fährt lausig auto und der polizist wird richtig geil auto bezug zu den ersten vier taxifilmen hat es eigentlich nur durch das taxi dann raschid taucht auf der partner von emilion taucht auf also der farbige und der inspektor der jetzt nicht mehr inspektor ist der taucht auf sonst hat es eigentlich mit den ersten taxifilmen eigentlich kaum was zu tun was ich schade finde die erklären auch wo daniel und wo emilion abgeblieben sind aber warum die dahin sind und weshalb und so erklären sie nicht was ich sehr schade finde da hätte ich mir ein bisschen mehr tiefgang gewünscht also ihr könnt ihr noch halt auch gucken wenn ihr die ersten taxiverteilte nicht geguckt habt ich empfehle sie euch aber vorher zu gucken und da hätte ich mir wünscht dass ein bisschen mehr so auf die feinheiten eingegangen wird warum ist er da warum ist er da und warum sind sie nicht zusammen weil sind ja freunde und so und was aus denen geworden ist und wird halt nur gesagt die sind der star und erst doch mehr nicht warum weshalb keine ahnung und das finde ich sehr schade dann nicht nur andere schauspieler sind mit bei der anfang wie hatte ich euch ja auch gesagt er ist ein bisschen anders der humor ist auch anders wenn ihr taxi 1 bis 4 gewöhnt seid werdet ihr feststellen dass taxi 5 der humor etwas anders ist also eigentlich komplett anderer humor als in den ersten taxi teilen muss ich auch dazu sagen das hat bei mir so die ersten fünf bis zehn minuten gedauert bis ich mich da so ein bisschen mit dem humor anfreunden konnte weil man es halt so nicht gewöhnt ist und wenn man da so festgefahren ist von den ersten ja binigkeit festgefahren von den ersten vier teilen dann erwartest du das halt so fängt er an und dann passiert irgendwas und dann enden tut er halt mit ein happy end sozusagen die bauart von taxis taxifilmen ist dann halt so ist hier komplett anders der humor naja zur story ich hoffe ich spoiler euch jetzt wirklich nicht zu viel also gibt mir jedenfalls mühe der polizist der arbeitet in paris baut aber scheiße wird nach nach marseille versetzt und die polizeiwache ist auch anders also ist nicht mehr so wie wie wir die polizeiwache gewöhnt sind mit echten polizisten oder halb echten polizisten halb echt klingt auch toll also bei den taxifilmen habt ihr gesehen dass die polizisten da rumstehen waren ganz normale leute ganz normale polizisten diesmal wirken die echt dümmlich also das wirkt eher so wie 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 hießen die hotfurt die chaoten bullen oder so so in etwa wirken die also total irgendwie mischucke stellt sich aber denn im laufe des films wirklich als ein gute team raus und dass jeder da seine fähigkeiten hat und hätte ich auch so am anfang ehrlich gesagt nicht gedacht ja dann kommt wieder wie in jedem taxifilm irgendeine gang weihnachtsmann gang mercedes gang ihr kennt ja wenn ihr die anderen teile geguckt habt und diesmal ist es auch wieder eine gang mit schnellen sportwagen und der polizist merkt schnell ja mit so einem dacia habe ich da nicht so wirklich erfolg die einzuholen und der kann wirklich gut auto fahren das sieht man halt am anfang und dann erzählen ihm kollegen von daniel und million und von dem taxi und da sagt er geil das taxi muss ich habe das brauche ich um die gang platt zu mache und da lernt er dann den eddie kennen da kann ich euch auch nicht so viel verraten wie er eddie kennt das würde ich zu viel spoilern und wie er die alles mit in der story drin hängt das müsst ihr selber gucken mehr kann ich euch dazu nicht sagen weil wenn ich mehr sagen würde würde ich echt zu viel spoilern da möchte ich euch echt nicht die freude am film nehmen wie sagt erwartet ihr solltet da nicht mit so viel erwartung ran gehen an taxi 5 weil wenn ihr taxi 1234 gewöhnt seid geht da wirklich nicht mehr zu viel erwartung ran weil es ist anders es ist anders es ist man im laufe der story merkt man schon dass es ein taxifilm ist aber am anfang ist es ein bisschen konfus ein bisschen da muss man ein bisschen zeit haben um da erstmal so rin zu kommen in den film ich war da nicht mir war es nicht anders also ich habe da auch die ersten paar minuten gebraucht um da rin zu kommen und dann ist es wirklich ein schöner film also ich will nicht sagen dass der film scheiße ist das ist wirklich gut gelungen das ist ein echt toller film gewonnen aber für leute die halt die ersten taxifilme kennen ist ganz schön viel anders aber auch ganz schön viel gleich aber auf eine andere art gemacht ich weiß nicht wie ich euch das vernünftig sagen soll ohne zu viel zu spoilern ja ich hoffe ich konnte euch so ein bisschen lust auf den film machen ich werde euch taxi 5 werde ich euch und taxi quadrologie werde ich euch unten in die video beschreibung verlinken ich werde auch amazon video dass er euch das ausleihen könnt wenn er nicht kaufen wollt könnt ihr euch ausleihen werde ich euch unten drunter verlinken wenn ihr dann taxi 5 geguckt habt würde ich mich riesig über ein feedback von euch freuen hat er euch gefallen hat er euch nicht gefallen hofft ihr auch auf den sechsten teil und habe ich zu viel gespoilert oder zu wenig das feedback würde ich mir echt wünschen dann würde ich jetzt hier auch erstmal cut ziehen wenn es euch gefallen hat natürlich a däumchen wer a träumchen wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin haut da rein sagt euer odin